Ja, damit herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2011, jawohl, los geht's. Ich komme gleich wieder, ich muss schnell ein Handy holen. Sehr meine Damen und Herren, es ist Montag, der 20. Juni 2022, 21 Uhr 4. Ja. Und los geht's. So, dann. Okay, in der letzten App ist, ja genau, wir wollten ja einen Mähdrescher umstellen, genau. Ja. Ja, es ist jetzt nicht, stellen wir auf das Gegenüber fällt, oder? Okay, pass auf. Wir machen's wie geplant in der vorigen Folg. Da hören wir, weil es geht gut, wo ich hin und noch sehe was. Da lassen wir uns einem Fotodrog. Fotodrog. K cars, äh es schaut stabil aus. milch tank ich glaube ihre gleichkeit verkaufen so pass auf genau vor der nummer sonderfeld um so okay auch da steht noch der andere traktor das habe ich komplett vergesst diese idee hochsteht okay Bei was mit der letzte Folge haben wir auch schon glaube ich, habe ich das meiste schon wieder vergessen. So, pass auf. Ok, das ist das Gewicht. Ok. Ok, den haben wir für die Kühe. Apropos, wenn wir gerade bei dem Sand und Z, da kommt man verkaufen. Sag mal, das Ding. Aber weg damit, brauchen wir nicht. Hmh. Ah, wo, 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 wo. so, ich weiß nicht, auch fast reicht. Okay! So, okay, stellen wir den Hänger mal da um. Mit Traktor kannst du eigentlich eher gerne auch da stehen lassen. So, okay. Wir müssen uns diesen... Holden. Okay. So... So... Gut. Dann können wir den nämlich schön groben lassen. Rampizanbebruchskandale. War nicht schlecht. So... Pass auf. So... Doch, was so üblich. Oh nein, nein, nein. Ah, 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 ah. So... 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 Okay, es gibt da glaube ich klar. Okay. Und dann können wir den da nicht mehr machen. So... 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 dafür kaufe ich mir noch zwei kür sehr schön mc ss 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 Ja, da hat es ideal eine Linie gefunden. Perfekt. So, ok, dann können wir das im Prinzip. Ich darf aber absetzen, das ganze Ding. So. Okay. Okay. Futterdruck. Ja, stabil. Perfekt. Vier Kühe. Perfekt. Vier Kühe haben wir. So. So. Ich lefere das System. Wird kommen? So. 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 4 So, jetzt wiederholen wir gleich noch einen. den so pass auf den wir jetzt mal genau überbrochen den kollegen da ob du wieder um dran er steppert das ist so nett und dran üblich helfe eigentlich sei es oder dem platz hat vor allem auf die straßen setzen Awww. So. Gut. Die Linie machen wir dann zu. Die Linie machen wir dann. 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 So. 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 So, Helfer. So, es ist zu Kanspegern-Hum. So. 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 okay. so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 auszene wird zu schulden bist du wahnsinnig Na gut, wir spielen das schon mal. Oh, wie stund's. So. 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 So, da la. Ja, 80% ist ja schon wieder vorher. Jawohl. Ja, 80% ist ja schon wieder. Ja, 80% ist ja schon wieder. Da ist ja so früh gestanden. Mais Silage. Ja, das ist ja schon wieder. Irgendwann einmal, wenn ich gerade die Big X machen. So. So. So futtern. Okay. Ich warte jetzt noch, bis der noch umtreibt. So. 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 Okay, ich stelle den hänger wieder oben. So. 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 Untertitelung. BR 2018